... jetzt geht es ab. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Lenercrofter DLC. Heute erforschen wir die Eishöhle. Auf dem Weg da her ist der Wassersammler freigeschaltet worden Wenn wir zurück sind bauen wir auf jeden Fall den Wassersammler oder zwei oder drei und ich habe uns den Sauerstofftank 4 gebaut und den Rucksack 4. Jetzt haben wir natürlich noch viel flexibler was Luft angeht. Das ist natürlich schon prickelnd. Ich habe Essen dabei, ich habe ein bisschen Wasser dabei, dass wir da schön erkunden können. Jetzt erkunden wir erstmal die große Höhle. Dann nehmen wir da unser Ding mit, wenn wir das dabei haben. Ich bin mal gespannt, was da alles wegschmilzt und was bleibt. Es ist ja eine Höhle. Schauen wir mal. Verschneit es. Schnee. Erst haben wir Regen gemacht, jetzt haben wir Schnee gemacht. So, was haben wir da? 300er, die kennen wir schon. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da brauchen wir jetzt nichts. Lassen wir uns nicht unnötig. Oh, da drin liegt wieder ein Roboter. Superlegierung. Und ich bin voll dabei. Da liegt alles voll mit Superlegierung. Ich hält. Da liegt alles voll mit Superlegierung. Superlegierungshöhle. Yeah. Gut, machen wir jetzt nicht voll, weil sonst haben wir keinen Platz mehr, falls wir noch was finden. Offline. Dann gib mir dein Chip, wenn du schon offline bist. Das wäre doch eine präsentierte Stelle für eine goldene Kiste. Entwickler, was ist da? Da geht es nicht weiter. Was ist der Losentwickler? Warum? Wo sind die goldenen Kisten? Jungs. Und natürlich Mädels. Was ja immer an dem Spiel arbeitet. Sauerstoff. Jetzt haben wir 370. Das ist natürlich schon ein großer Sprung für die Menschheit. Eins noch. Eins geht noch. Und überall lassen wir uns noch frei für Sachen, was wir vielleicht noch finden. Auf jeden Fall ist die Eishöhle riesig. Wow. Gigantisch. Und wunderschön. Das ist auch irgendwas unten, aber ich sehe nicht, was das ist. Und hier hat auch keine Schritte nicht auf dem Eis. Das Eis ist auf jeden Fall extrem dick, wenn man da so schaut. Ah, da schaut's her. Uraninit. Uraninit. Eieieiei. Aus dem kriegt man Uran oder Superlegierung oder was war es noch? Iridium. Durch den Brecher. Aber da liegt Uraninit. Uiuiuiui. Schweres Wort. Aber hat sich schon wieder gelohnt, dass man da noch schaut, was da so hinten rumkreucht und fleucht. Uraninit. Ja, was haben wir da? Da haben wir Energie stehen. Sehr schön. Die werden wir gleich abbauen und wieder aufbauen. Dann kriegt er Uraninit. Da kriegt er Uraninit. Uraninit. Sauerstoff. Da wollen wir einen Schluck trinken. Das war dann alles. Das ist eine Energie, die wir bekommen. sehr schön was ich Sonne herkriegt, aber ihr produziert es. 350er haben wir zuhause, Uran nehmen wir mit. Uran, Uran. 300er braucht man nicht. Uran. Meine Saison schätzen, dass Larven und frühe Lebensformen unter der Erde auf diesem Planeten auftauchen werden. Aufgrund der Exposition und der kosmischen Winde können sich die Larven an der Oberfläche nicht vermehren. Es regnet oder tropft. Whatever. Irgendwie wird es nass. Ich kann das natürlich nicht mehr mitnehmen. Ich will nichts davon zurücklassen. Da muss ich auf meine Orientierung sein hofer, da ich wieder heim finde. Sehr interessant hier. Superligierung und Uraninit. Uraninit. Da liegt noch alles voll mit Superligierung. Haben wir noch Platz? Ja. Nehmen wir noch Superligierung mit. Das ist mal Vollsand. Sehr gut. Voll. Gut, gut. Jetzt flott, flott. Zurück. Na hofer die Quinte wieder zurück. Ja, da ist der Roboter. Das ist die Bergbaumaschine. Da ist da der Tunnel. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es regnet. Es regnet, es regnet, es regnet. Hurra, hurra, es regnet. So, wie lange wirst du noch brauche, bist du aufgetaust? Osmium. Das ist sehr, 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 sehr wichtig, das Osmium. Das braucht man unbedingt. Zwingend erforderlich. So. Ich laufe jetzt zurück und wir sehen uns gleich. Bis gleich. So, und jetzt sind wir schon wieder zu Hause. Welcher Augenblick für mich eine Ewigkeit. So, und dann haben wir das Uraninid mit rein. Dann haben wir da mal Superligierung einer. Kommst da mit rein. Die Chips, die erforschen wir gleich. Paschlampe Stufe 2. Und Bablan-Karten-Informations-Rakete. Vielleicht sollten wir diesen jenen bauen. Ja, 3 Titan, 3 Eisen. Aber ohne feste Uranquelle. Eher uncool. Eher uncool. Nicht schön, aber selten. So, jetzt können wir Uran-Raketen holen. Sehenswürdigkeiten auf der Karte anzeigen. Ich stelle den Kartenbildschirm-Positionsdaten zur Verfügung. Sieht Iridium an. Sieht Uran an. Aber dazu braucht man halt ein Triebwerk. Oh, ne, doch ich springe. Wir haben noch kein Jetpack. 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 Jetpack ist jetzt wichtiger wie Uran-Raketen. Obwohl. Nein, eigentlich nicht. Ja doch. 1, 2, 1, 2. 2 Iridiumstäbe. Schöne 18. 10. Ja das kriegen wir hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das müssen wir passen. So. Einmal. 2 Mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. exoanzug stufe 2 was haben wir jetzt 1 sehr gut wir brauchen stufe 2 wir haben es auch gleich an sehr gut so dann ja jetpack wir können fliegen ja mann passiert halt passiert halt so jetzt regensammler ein eisen ein silizium ein magnesium 2 silizium zwei magnesium zwei mal kobold zwei mal alu zwei mal super regensammler wir haben platz technisch echter passiert eingeschränkt produktion was ihr stück passen wir haben dann jetzt bloß 3 eine passt und so wie updated sehr gut wir brauchen einen alu-schrank und alu-schrank da bin ich froh wenn wir ein lager gebaut haben hallo 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 aluminium magnesium silizium sehr gut abenden ernten ernten neu wachsen bitte mal die nahrung raus ich kann jetzt in den schrank leider gut dann ist mir mal aubergine und eine wasser danke so jetzt mal sowas nicht schmeißen daraus kann werden ihr redet mir nicht daraus wird ist halt scheiße das braucht kein schwein gell das haben wir ja dazu genüge aber so vielleicht steht wenn wir vorher eine stufe 2 bauen stufe 2 3 stufe 3 brecher zwei mal dolomit zwei mal bauxid das haben wir das kriegen wir zwei mal bauxid einmal dolomit einmal bauxid irgendwo drin nein müssen wir rein holen ok bauxid zweimal einmal dolomit titan können wir gleich mal stufe 3 bauen das ist schon mal gut ist dann schneller effektiver jetzt haben wir ein paar mal bauxid dann nehmen wir gleich vielleicht vier mit wenn es geht da müssen wir noch eins finden da hinten geht es nicht weiter da war ich auch schon hinten da ist tot da ist nichts los nichts ist da lösen nichts wir haben ein bisschen mehr bauxid gleich mit wenn wir schon da sind so wenigstens ist jetzt unser wasserproblem einmal gelöst weil müssen wir nicht ständig zum eisholm laufen so jetzt haben wir ein bisschen bauxid und alles noch eins nehmen wir auch mit die lithium wenn wir auch wieder brauchen nehmen wir noch mit was wir kriegen dürfen rückweg oxid magnesium hier haben wir jetzt ein jetpack übermächtig übermächtig so einen solchen weiss den haben wir nicht aber lithium haben wir Kinesium haben wir. So, wir brauchen für einen Sehörn noch zwei Kobalt und dann braucht man natürlich noch, nehmen wir das auch gleich mit, dann braucht man noch einen Dolomit. Einen Dolomit kriegen wir da unten. So, ich vergisse, weil das jetzt schon Backup, müssen wir es auch benutzen, wenn wir schon eins haben. Jetzt wird das Spiel gleich viel schneller, viel schneller. Das ist schon geil. Also was das ausmacht, so ein Jetpack, gigantisch. Wenn man da mal länger wieder spielt, dann denkt man sich, oh, man kann mit dem Jetpack überhaupt nicht voran gehen. Es geht einfach nicht vorwärts. Dabei ist ein Jetpack eigentlich schon gigantisch toll. So, und da bauen wir jetzt mal ein neuer Brecher. Ich weiß schon, es schaut scheiße aus. Das ist ja kacke aus, wenn es so schief steht. Okay, Energie ist weg. Boah, was braucht denn der Energie? 125. Was habe ich hier noch? Nein, das fällt nicht. Ist das der Auswurf oder der Einwurf? Ich schaffte in 70 Sekunden fünf Elemente zu extrahieren. Jetzt einfach mal da das ein. Und dann schauen wir, was passiert. So, wir brauchen Strom, 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 Strom. Den Orangenstock klang jetzt nicht. Nein, bei weitem nicht. Zwei mal Eisen. Dann machen wir gleich drei. Einmal Magnesium. Zitankorweg, das braucht man nicht. Drei mal Silizium, eins, zwei, drei. Sechs mal Kobalt. Und dreimal Aluminium. Dann haben wir gleich wieder Strom. Strom, Strom, Strom. Gleich haben wir Strom. Ruhig, ich hole Strom. Da läuft der Laden wieder. Sehr gut. Das ist die Frage. Was ist der Auswurf und was ist der Einwurf? Das ist der Einwurf. Da schau her. Das ist der Auswurf. Okay. Da, da kommen wir da so ein Super. Das ist das Ding da. Das ist der. Da muss ich mich heute aus entdecken. Aber das ist noch nicht frei. Da komme ich noch nicht ran, oder? Nein, aber das ist 100 pro das Ding da. Ich weiß zwar nicht, will ich da ran kommen, aber wir haben auch noch rausgekriegen. Also heute ist viel passiert. Heute haben wir viel entdeckt, viel geschafft. Jetpack vom Start. Uranit haben wir gefunden. Also das ist auch nicht schlecht. Uranit. 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 deityp�레iner. Olivier immigrant. Das merkt man jetzt richtig. Jetzt fallen es dir gesagt schon mal auf, dass das Spiel weiter mit dem Jetpackz Paulaues ist. Jetzt ist man mit den neuen Beinen. Es ist zwar knapp, aber wir haben Strom. Extraktoren kostet Osmium, ja. merken wir jetzt richtig, also jetzt gerade falls man halt auf, dass das Spiel jetzt bedeuten schneller wird mit dem Jetpack, jetzt ist man mit den neuen Beinen, das ist zwar knapp, aber wir haben Strom, Extraktoren, kostet Osmium, ja, Osmium, hm, da waren sie wieder meine Probleme, das ist ja eingefroren, Osmium ist eingefroren, auch da nehmen wir so einen Pilz rein, dann holen wir uns mal ein Wasser, du kommst da noch rein, ja man, jetzt haben wir Wasser, jetzt haben wir Wasser, wir haben Wasser, wir haben in dieser Folge Uraninit gefunden, Wasser gefunden, Superlegierungshöhle gefunden, Brecher 3 baut, Jetpack baut, Startrampe baut, also mehr Content geht ja wohl gar nicht, und damit sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein, und Like und Kommentar, wisst ihr seh, war wunderbar, und ein Abo natürlich auch, ist kostenlos, einfach auf Abonnieren Drucker, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, bis dann, Servus!